Wir freuen uns, dass wir heute bei der Veranstaltung des Rotary Club Mönchengladbach-Gero sein können. Da wurden Spenden gesammelt und für Corinna Künstler möglich gemacht. Ein Auftritt vor Publikum und mit Gage. Seltenheit in dieser Zeit. Vielen Dank! Corinna hat gedacht, die armen Musiker müssen endlich mal wieder auf die Bühne und ein paar Tage später stehen wir hier und legen gleich los. Das ist was sehr Schönes, vor Menschen zu spielen und für Menschen zu spielen. Slide through the door, give your morals on your sleeve. I think it's time for all those morals to leave. Toll! Also ich habe es richtig genossen jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr nochmal aufzutreten. Genau, war aufregend! Das war wunderbar. Das war ganz wunderbar, weil wir endlich wieder die Gelegenheit hatten, live aufzutreten. Endlich wieder zusammen musizieren darf für Menschen und der Raum resoniert und die Instrumente klingen. Es war herrlich. Es war eine Wohltat. Also für uns als Rotarier ist es ganz wichtig, andere Menschen zu unterstützen. Und darüber freuen wir uns, dass das auch für unsere Seele schön ist. Es ist für die Menschen schön, die wir unterstützen können, aber wir nehmen auch ganz viel mit heute Abend. Oh, I'm heavy, I'm heavy, I'm heavy, I'm an Englishman in New York. Aplausos 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 Vielen Dank.